Die Dinge davon, die ich gesehen habe gestern, ja, fast zu spät, haben wir eher sehen müssen. Das ist ja heikig, der hart. Ja, ich habe den nicht gesehen, bin reingekommen, ich habe ja geguckt, ich habe den nicht gesehen. Und dann ist der wohl, keine Ahnung, ich habe dann in die Fische geschossen, da ist der wohl an mir vorbeigelaufen. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann ein Sterben gehört, ich dachte, ich habe ihn erschossen, in den Fisch. Das war aber Lucky, den er erschossen hat. Und ich renne zurück und denke, Lucky liegt auf der Erde und schießt auf mich. Ich sage noch, ich bin es, ich bin es. Ich bin das. Ja, ich bin das. Ja, dann war ich auch schon halb tot und bin in den Raum reingerannt und ich habe mich geflückt und kam dann hinterher. Ich meine, das hat er ja clever gemacht, da war nicht meckern. Wollen wir durch den Punkt oder wollen wir in den Haupteingang? Erst von eigentlich, war ja eigentlich ein geiler Eingang. Wo ich den Punkt habe. Dass der nur dort gehockt hat, also ich glaube, das kommt bei 100 Mal eben mal vor. Die können da hoffen, ein bisschen schwarz gehen von mir aus. Ist die Kiste offen? Ja, ja, die Tür war ja auch offen, ne? Ja, das stimmt. Dann sind wir feindlich hier rein. Wenn ja Feinde sind. Und das sind wir nicht hier, also hier können wir alles erschießen. Mal leise machen. Ja, da sind wir hier. Okay. die dumme sau stehen lecker legen um in der tank alter ein fixer alter hat sich nur vorgelehnt ja das ist sinnlos so was alter da ist ein fecker das geht mir auf den sack so was warum macht man so was warum spielt man so verweckt alter kann man denn nicht ordentlich spielen die hocken ja den ganzen teil die wissen dass wo der inner kommt das ist kein normales spielen das ist doch dumm ich denke mal da wird sich in den buch zurückgezogen haben weil oben leute von uns sind man macht das nicht absicht kann das jetzt nicht schlimm so aus das ist auch noch vor dem eingang wo wir rein sind da müsste doch oben sein da muss man noch ein bisschen im bunker hat eingeschissen das haus ist das haus ja eigentlich müssen wir ja nicht vor dem bunker bringen hoffentlich hoffentlich ist dass sie ihre mission gemacht haben wenn er rauskommt gerade wenn wir dort sind was überhaupt machen hier jetzt in hause ja wo es gestern abgeschürzt war wir waren ja an der türer ich hab sie fünfmal aufgemacht gehabt doch ja auch ja Ja, irgendwo zu können ja. Ah, ich bin wieder da. Ich bin ja irgendwo. Ich bin ja irgendwo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 könne es nur von der sehen wir die durchkommen am park jetzt weiß ich gar nicht mein tag ist hier um und Mann, da rasch ist er denn da? Ja, ja. Da lief gerade einer. Da lief gerade einer. Da lief gerade einer. Da lief doch woanders landen. Oder? Da können wir ja halbrennen. Ja, ja, die sind vorne daheim. Da benutzen wir die Kunst noch bünder. Ja. 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 Ja, mach das mal. Ja. Ja. Die Tür hört nämlich an. Er ist froh, wenn er raus ist. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Wenn die rauskommen, ob sie leben, dann kommen wir da hin. Aber er lebt ja noch, wie es aussieht. Ja, ja, eben. Das wissen Sie immer. Ich habe keine Zeit, im Feuergefechtsschiff zu gucken. Aber er lebt ja noch, wie es aussieht. Leih, kannst du... Ich weiß es. ...dem mal... Okay, wir helfen dem mal. Ich glaube, das ist... Na ja, komm. ...dass ich nicht. ... ...dass ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. er ist tot dann lass uns abkauen, oder? eigentlich ist es ok, dann kennen wir die jetzt müssen wir kommt da scheiße, die wichser sitzen schon im Luftrauber ah ja das wäre mein Mist oh, wir sind getroffen hier, oder? haben die dich getroffen, oder? nö, ihn hier ja, irgendwie weise oh, scheiße, also schaffen die das noch? wichser na gut, da können wir jetzt rufen und er lebt aber noch hier er wird es schaffen die dreckigen Beine ähm kannst du ihm mal den Discord geben wie hieß der? na, brauchst du was auf der Karte gucken und dann siehst du seinen Namen, oder warte ich sag's jetzt geht's ja, jetzt geht's ja vor uns war der so weit über mir da hab ich es nicht gesehen wie nach bei befinnen bei 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 Bis zum nächsten Mal.